Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es sieht aus, als wäre es irgendwie 3 Uhr nachts, aber es ist 6.30 Uhr morgens. Ich habe Urlaub und ich habe gerade irgendwie spontan beschlossen, dass ich jetzt mein Baby einpacke und mir den Kinderwagen packe und wir ein bisschen rausgehen. Ja, und ich dachte, dann nehme ich euch einfach ein bisschen mit heute. Ja, guck mal, Luki ist auch da. Man sieht ihn nur nicht, weil es dunkel ist, aber hier ist er. Okay, gleich mit mehr Licht. So, also Maxine ist schon mal fertig. Sie hat dieses Outfit noch an, das haben wir ja neulich zusammen angezogen, beziehungsweise ich habe es angezogen, aber ihr wart dabei. Und der Teddyanzug ist doch noch ziemlich kühl, so früh morgens. Und es wird jetzt generell auch kalt. Und die super süße, bunte Mütze. Und ich bin auch schon angezogen. Ich brauche so noch Jacke und Schuhe und Mütze. Und dann geht es auch schon los. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das sich so anfühlt, im Dunkeln mit Baby unterwegs zu sein. Das wird nämlich eine Premiere für mich. So, das hat schon mal geklappt. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich wirklich ohne Probleme den ganz schnell aufgebaut habe. Also langsam bekomme ich Übungen. Es wird auch langsam schon hell. Wir haben nämlich jetzt echt ein bisschen länger gebraucht, weil ich mein Portemonnaie erst suchen musste. Und außerdem habe ich unten im Keller dann gemerkt, dass ich den Einkaufskorb, also den hier, nicht mitgenommen hatte. Der war noch oben. Und dann musste ich nochmal hoch in den dritten Stock. Und habe den Kinderwagen halt, der war schon aufgebaut, den Kinderwagen unten stehen gelassen mit Baby drin. Und habe nur die ganze Zeit gehofft, oh Gott, hoffentlich geht da jetzt keiner an den Kinderwagen. Hoffentlich kommt keiner runter an den Kinderwagen. Und sieht halt, dass da ein unbeaufsichtigtes Baby quasi drin liegt. Aber es ist nichts passiert. Alles gut. Es ist so dunkel, ich kann euch gar nicht viel zeigen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs. Es wird langsam hell. Ich liebe das. Und ja, wir melden uns gleich wieder. Also ich muss auch ehrlich sagen, so früh morgens ist eigentlich meine Lieblingstageszeit. Ich finde das so schön, irgendwie draußen zu sein, wenn es gerade hell wird. Aber ich bin halt leider auch faul und habe dann lieber im Bett liegen, wenn ich frei habe, jetzt aufzustehen und rauszugehen. Deswegen kommt das nicht so oft vor. Aber umso schöner, wenn es dann doch mal klappt. Wir haben hier gerade so eine Straßenlaterne. Da dachte ich, ich zeige euch mal siehen mal. Das ist hier so eingepackt mit dem Schnuller. Ich finde immer von der Perspektive, ist das ganz schön, wenn sie einen Schnuller anhat. Der ist übrigens, glaube ich, auch mit ihr gekommen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich finde ihn eigentlich nicht so schön. Und passt auch nicht so zu ihren Farben. Ist ja mehr so knallbunt, aber ist trotzdem süß. Die kleine Hand. Wir haben übrigens immer noch keinen Fußtag oder ähnliches. Die liegt hier einfach so drin. Das müssen wir noch besorgen. Wobei, so ist halt auch viel Platz hier. Da kann ich noch sehr viel unterbringen in einem Kinderwagen. Me koin. Na bisschen. Vielen Dank. 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 Und jetzt sind wir ganz spontan noch eine Runde um den See gelaufen. Und das war so schön. Also allein diese Stimmung morgens und dann diese Herbstfarben überall und das Licht. Oh, das war so schön draußen. Und ja, wir wollten auch schon ewig mal zusammen spazieren gehen. Wir haben das jetzt das ganze Jahr, dass wir das ganze Jahr, das ich hier wohne, nicht geschafft. Ich war vorhin, ich war vorhin, ich war vorhin, dass wir das erste Mal, dass wir das erste Mal haben, dass wir das erste Mal haben, dass wir das erste Mal haben, dass wir es geschafft haben, uns überhaupt kurz zu treffen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. hatte. Total krass. Ja, ist ganz komisches Gefühl, weil das so ganz klar ihr Baby ist und als wäre das nie mein Baby gewesen. Das ist einfach so ganz klar ihr Baby. Ja, es war richtig, richtig schön. Und jetzt gerade sind wir nach Hause gekommen und unten an der Haustür hatten wir noch eine Begegnung mit meiner Nachbarin, die noch bis jetzt noch nichts von dem Hobby wusste. Und ich habe auch wirklich echt zum Glück, weil letztes Mal, als ich vom Spaziergang gekommen bin, war genau dasselbe mit einer anderen Nachbarin und jetzt wieder und sie mich halt mit dem Kinderwagen. Immer wenn ich reinkomme, kommt irgendwie jemand raus, obwohl es ja jetzt, das war jetzt kurz nach 10, das ist jetzt. Und sie sagte, sind sie Mutter geworden? Und ich habe dann direkt gesagt, nee, 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 da ist nur eine Puppe drin, weil so gerade hier zu Hause möchte ich halt die Wahrheit sagen. Und dann war sie so ein bisschen irritiert und ist dann auch, sie hat auch nur den Müll rausgebracht. So wie auch die letzte Nachbarin übrigens. Ich habe langsam das Gefühl, die warten extra hinter der Tür, bis ich vor der Tür stehe und komme dann raus, um den Müll rauszubringen. Und währenddessen habe ich meinen Kinderwagen zusammengeklappt und als sie dann wieder kam, hatte ich das Pipi auf dem Arm und dann ist sie stehen geblieben und hat halt so ein bisschen geguckt und so gezögert. Und dann habe ich halt gefragt, wollen sie es mal sehen? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich sie gezeigt und sie war so ein bisschen irritiert, aber sie war auch total fasziniert. Sie meinte direkt so, oh, das sieht aber echt aus. Boah, ja, das ist ja heftig. Also sie war echt fasziniert davon. Ich habe dann auch gesagt, ja, dass sie von Hand gemacht werden und so. Und dann meinte sie, ach, das ist ja toll. Also ich glaube, sie war noch ein bisschen irritiert, aber sie war auf jeden Fall von der Kunst sehr, sehr fasziniert. Und genau. Ja, und das war unsere Reaktion. Genau, dann bin ich jetzt gerade hochgekommen. Ich hatte heute Morgen schon, habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, meinen Einkaufskorb oben vergessen und musste dann nochmal die Treppe komplett hoch. Ich wohne im dritten Stock und wieder runter. Und jetzt gerade habe ich meine Sachen alle in den Keller gebracht, den Kinderwagen in den Keller gebracht und dachte, nimm bloß alles mit nach oben. Vergiss nichts im Kinderwagen. Und habe dann alles hochgeschleppt. Und natürlich habe ich was im Kinderwagen vergessen. Und zwar, na, wollt ihr einmal raten? Mein Handy. Ich habe mein Handy im Kinderwagen vergessen. Oh, jetzt musste ich gerade nochmal runtergehen. In den Keller. Mein Handy holen. Habe auch gleich noch einen Sack Katzenstreu mit hochgeschleppt. Und jetzt bin ich wieder oben. Also wir haben jetzt kurz noch zehn. Und ich glaube, ich bin heute mit meinem Fitnessziel durch. Mit dem ganzen Spaziergang und Treppen hoch und runter laufen. Also es hat jetzt wirklich gut getan. Und jetzt werde ich erstmal was essen und mich ausruhen. Vorher ziehe ich das Kind noch aus. Genau, und damit würden wir uns jetzt auch schon wieder verabschieden. Und wünschen euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Je nachdem, ob es bei euch gerade morgens oder abends ist. Und sagen bis zum nächsten Mal. Und natürlich darf Bibi noch winken. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.